Dieses Bild wurde am 16. November 1961 in den Bahamas aufgenommen. Das Mädchen auf dem Floß ist die elfjährige Terry-Jo du Perrault. Ein Frachter hatte das Kind auf dem Wasser entdeckt, nachdem es vier Tage ohne Wasser und Nahrung auf hoher See getrieben war. Nur wenige Minuten, nachdem dieses Bild aufgenommen wurde, brach das Mädchen vor Erschöpfung zusammen. Als der Kapitän des havarierten Schiffes erfuhr, dass die kleine Terry gerettet worden war, beendete er sein Leben. 13. November 1961, 12.35 Uhr, Ortszeit. Ein Matrose an Bord des Öltankers, Gulf Lion, entdeckt im Wasser einen Mann auf einem kleinen Beiboot, der ihm wie wild zuwinkt. Als die Besatzung den Mann an Bord zieht, entdecken sie im Rettungsboot die Leiche eines rothaarigen kleinen Mädchens. Der Mann gibt sich als Julian Harvey zu erkennen, Kapitän der Segeljacht Bluebell. Er berichtet, dass die Bluebell am Abend zuvor gegen 8.30 Uhr von einer heftigen Böe getroffen worden war. Der Mast sei gebrochen und die Bluebell gekentert. Harvey hätte noch versucht, den anderen Passagieren zur Flucht zu verhelfen. Doch ein Feuer sei an Bord des sinkenden Schiffes ausgebrochen und hätte ihm den Weg versperrt. Captain Harvey war es nicht gelungen, irgendjemanden zu retten. Nicht einmal seine eigene Frau, Mary Dean. Lediglich die siebenjährige Tochter seiner Passagiere, René du Perot, war in den Fluten an ihm vorbeigetrieben. Er hiefte das leblose kleine Mädchen an Bord des Rettungsbootes, doch alle Wiederbelebungsversuche scheiterten. Drei Tage lang sucht die Küstenwache das Gebiet nahe der Abaco-Inseln nach Überlebenden ab, in dem die Bluebell nach Julian Harveys Aussagen gesunken sein soll. Vergeblich. 17. November 1961 Fünf Tage nach der Havarie sitzt der Kapitän im Befragungszimmer der Küstenwache von Miami. Geduldig und immer noch sichtlich erschüttert, beantwortet er die Fragen der Beamten. Plötzlich fliegt die Tür auf. Ein Marinesoldat erzählt aufgeregt von dem Fund einer Überlebenden. Harvey springt von seinem Stuhl und ruft, Oh mein Gott! Einige Sekunden starren er und der Soldat sich schweigend an. Dann fällt Harvey zurück auf seinen Stuhl und fügt leise hinzu, Das ist ja wundervoll! Während der restlichen Befragung ist der Kapitän plötzlich sehr still. Er bittet darum, gehen zu dürfen. Er wolle noch zur Familie seiner verstorbenen Frau. Die Beamten lassen Harvey gehen, der unter einem falschen Namen ins Sandman Hotel am Biscayne Boulevard eincheckt. Auf seinem Zimmer schneidet er sich die Pulsalern auf. Die kleine Terry Jo liegt zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus im Koma. Und die Polizei wartet gespannt darauf, dass sie aufwacht. 20. November 1961 Terry Jo de Perrault ist wieder ansprechbar und sie hat eine Menge zu erzählen. Solange sie denken konnte, hatte ihr Vater Arthur von einer Segeltour von Florida bis zu den Bahamas geträumt. Der selbstständige Optiker hatte im Zweiten Weltkrieg als Marinesoldat auf dem Atlantik gedient und wünschte sich nicht sehnlicher, als dieses wundervolle Fleckchen Erde in Frieden mit seiner Familie genießen zu können. Mehrere Jahre hatte er gespart dafür. Am Mittwoch, den 8. November 1961, war es endlich soweit. Anstatt den kalten Winter in Wisconsin zu verbringen, ging die Familie de Perrault an Bord der Bluebell, einer 18 Meter langen Segeljacht, die 1928 vom Stapel gelaufen war. Vater Arthur de Perrault, seine Frau Jean, die Kinder Brian, Renée und Terry Jo heuerten den Kapitän Julian Harvey an, einen entfernten Bekannten von Arthur. Harveys sechste Ehefrau, Mary Dean, ging als Köchin mit an Bord. 100 Dollar am Tag sollte Arthur dem Ehepaar bezahlen. Trotz jahrelanger Entbehrungen konnten sich die de Perrault nicht mehr als eine Woche auf dem Atlantik leisten. Vier Tage waren sie unterwegs. Legten vor Bimini und Sandy Point zum Schnorcheln und Sightseeing an, bevor die Bluebell die Rückreise nach Florida antreten sollte. Es gab Hähnchenpfanne mit Pilzen in Tomatensauce und frischen Blattsalat am Abend des 12. November, bevor Terry Jo als Erste unter Deck ging, um zu schlafen. Ihre Eltern und Geschwister blieben bei den Harveys an Deck. Sie war kaum eingenickt, als der schrille Schrei ihres Bruders Brian sie aus dem Schlaf riss. Terry erkannte sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie hörte die Worte, Hilfe, Daddy, Hilfe. Dann Stille. Terry Jo saß alleine auf ihrem Bett und nahm ihren ganzen Mut zusammen, um nach oben zu gehen. Ich ging als erstes in die Küche und sah meine Mutter und meinen Bruder in einer großen Blutlache auf dem Boden liegen. Ich glaube, ich stand unter Schock, denn ich bin nicht zu ihnen gegangen. Und ich glaube, ich wusste, dass sie tot waren. Terry durchquerte die Küche auf der Suche nach ihrem Vater. Doch was sie fand, war ein gehetzt wirkender Julian Harvey. Sie fragte ihn, was passiert sei. Doch er schrie sie an, sie solle auf ihr Zimmer gehen. In der Annahme, dass etwas Schreckliches passiert sei, wovor der Kapitän sie schützen wollte, gehorchte das Mädchen. Wieder saß sie auf ihrem Bett und wartete. Wartete auf Geräusche, auf eine Information von Harvey. Wartete auf irgendetwas. Auf einmal bemerkte sie, dass Wasser ins Zimmer eindrang. Ihre Unruhe verwandelt sich in Panik, als ihr klar wird, dass das Boot sinkt. Bevor sie Zeit zu reagieren hat, kommt Harvey durch die Tür. In der Hand ein Jagdgewehr. Er spricht kein einziges Wort. Starrt sie nur an, mit irren Augen. Dann geht er. Terry Jo bleibt auf dem Bett sitzen, bis das Wasser die Matratze erreicht. Sie wartet durch das hüfthohe Wasser und rennt auf das Oberdeck. Kapitän Harvey steht an der Reling und lässt in diesem Moment das Beiboot zu Wasser. Er drückt dem Mädchen das Seil in die Hand, welches das Beiboot am Davontreiben hindert, und durchwühlt die Kisten an Deck. Terry Jo hat nicht die Kraft, das Boot zu halten. Das Seil rutscht ihr durch die Finger. Als der Kapitän dies bemerkt, springt er über Bord und schwimmt zum Rettungsboot. Das Kind lässt er an Bord des sinkenden Schiffes zurück. Ein kleines, längliches Korkfloß liegt auf dem Deck der Yacht, verteut am Heck des Schiffes. Im Dunkeln suchen ihre kleinen Finger nach den Knoten, zerren an den Seilen, während das Wasser über die Planken zu schwappen beginnt. Es gelingt ihr gerade noch rechtzeitig, die Schwimmhilfe zu lösen, bevor das Meer die Yacht verschluckt. Das Floß hat keinen festen Boden, nur ein Netz aus Seilen. Alleine treibt das Mädchen in der Dunkelheit. Sie traut sich nicht, um Hilfe zu rufen, aus Angst, dass Kapitän Harvey sie finden würde. Als die Sonne aufgeht, ist weit und breit niemand zu sehen. Wohin sie blickt, ist nichts als Wasser. 13. November 1961 Terry Jo de Perrault sitzt auf ihrem Floß, die Beine im Wasser. Das Floß ist zu klein, um sich hinzulegen. Die einzige mögliche Position ist aufrechtsitzen. Papageifische schnappen durch das Netz nach ihr. Ihre Füße bluten, doch sie kann sich nicht wehren. Mit der Zeit wird auch die Sonne zu einem Problem. Sie verbrennt Terry Jo unbarmherzig die Haut. Ohne Wasser und Nahrung wird ihr in der Hitze schnell schwindlig. Sie sucht den Horizont und den Himmel ab, nach irgendeinem Lebenszeichen anderer Menschen. Als die Nacht hereinblickt, muss sie weiter aufrecht sitzen. Sie gibt sich Mühe, wach zu bleiben, doch sie nickt immer wieder weg. Sie träumt von blauen Lichtern, einer Landebahn. Und davon, wie ihre Eltern am Ende der Landebahn auf sie warten. Um ihnen entgegenzugehen, springt sie von ihrem Floß. Er wacht jedoch, als sie ins Wasser fällt. Zum Glück, bevor das Floß davontreiben kann. Terry Jo begreift, dass es gefährlich ist, zu schlafen. Wenn sie das Floß verliert, ist sie tot. 14. November 1961 Bei Tagesanbruch sieht sie einen kleinen roten Helikopter über sich kreisen. Aufgeregt beginnt sie zu winken. Es gibt nur ein Problem. Ihr Floß ist weiß, genau wie ihre Kleidung. Und wie die Wellenkämme um sie herum. Terry schreit nach den Piloten, doch der Helikopter dreht wieder ab. Gegen Nachmittag sieht sie ein Schiff am Horizont und beginnt mit Händen und Füßen zu paddeln. Doch das Schiff ist zu schnell für sie. Mit jedem Schiff, das vorbeifährt, schwindet ihre Hoffnung. 16. November 1961 Terry Jo treibt den vierten Tag auf ihrem Floß. Sie versucht nicht mehr, die Aufmerksamkeit von Schiffen in der Ferne zu erregen. Sie sitzt einfach nur da und kämpft gegen den Schlaf. Ihre Lippen sind aufgesprungen. Der ganze Körper tut weh. Ihre Haut fühlt sich an, als würde sie brennen. Sie beachtet die Schiffe nicht mehr. Langsam verliert sie das Bewusstsein. Nikolaus Spagidakis, zweiter Steuermann an Bord des griechischen Frachters Kapitän Theo, stand an der Reling und genoss den Anblick der tanzenden Wellen. Einer der Wellenkämme kam ihm spanisch vor. Im Gegensatz zu den anderen weißen Schaumspitzen des Wassers verschwand er nicht. Der Seefahrer zückte sein Fernglas und traute seinen Augen nicht. Was er zunächst für ein Fischerboot gehalten hatte, war ein winziges Floß mit einem Mädchen darin, das ihm schwach zuwinkte. Nikolaus verständigte sofort seinen Kapitän, der das Schiff umgehend wenden ließ. Der Frachter stellte den Motor ab und ließ ein Rettungsboot zu Wasser. Die Besatzung bemerkte Haie nahe des Floßes und rief dem Mädchen zu, nicht ins Wasser zu springen. Ein Matrose namens Evangelos Cancelas hiefte das geschwächte Kind an Bord des Rettungsbootes. An Bord der Kapitän Theo stellte die Crew schnell fest, dass das Kind unfähig war zu sprechen. Sie gaben ihr Wasser und Orangensaft und wuschen das getrocknete Salz von ihrer Haut. Mit heiserer Stimme konnte sie ihren Namen nennen und den Namen des gesunkenen Segelbootes, bevor sie in einen halb komatösen Zustand fiel. Ihr Herzschlag ging nur noch unregelmäßig. Die Ärzte sollten später im Krankenhaus schwere Dehydration und Nierenversagen feststellen. Das Floß ließ die Crew der Kapitän Theo auf dem Meer zurück, wo es ein paar Tage später von der Küstenwache eingesammelt wurde. Das Netz hatte bereits begonnen, sich aufzulösen und zerfiel fast augenblicklich bei Berührung. Am 20. November hatte sich Terry Jo so weit erholt, dass sie eine Aussage machen konnte. Sie bestand darauf, dass die Jacht keine gebrochenen Masten hatte und dass es kein Feuer an Bord gegeben hatte. In Anbetracht von Terrys Aussage und Harveys Selbstmord begann die Polizei, den Hintergrund des Kapitäns zu durchleuchten. Julian Harvey war ein hoch dekorierter Kriegsveteran gewesen, jedoch unfähig, nach dem Krieg einen Job zu behalten. Er hatte erst vor kurzem die Lebensversicherung seiner Frau ändern lassen. Sollte sie bei einem Unfall sterben, würde er das Doppelte der Versicherungssumme erhalten. Nur einen Monat bevor die Familie de Perrault ihre Reise antrat, hatte Harveys bei der Segelgesellschaft als Kapitän angeheuert. Womöglich war ihm hier die Idee gekommen, seine Frau auf hoher See zu ermorden und zu behaupten, sie wäre über Bord gegangen. Touristen an Bord wären perfekte Zeugen für das unerwartete Verschwinden von Mary Dane Harveys gewesen. Die ersten Kunden, die mit Harveys segelten, waren die du Perus. Es wäre nicht die erste stolze Versicherungssumme gewesen, die im Todesfall seiner Ehefrau ausbezahlt worden wäre. Seine zweite Frau war 1946 von einer Brücke abgekommen und mit ihrem Plymouth in einen Sumpf gestürzt. Julian Harveys konnte sich aus dem sinkenden Fahrzeug befreien, während seine Ehefrau und deren Mutter im Auto ertranken. Zwei kleinere Segelboote in Harveys Obhut waren ebenfalls aus unerklärlichen Gründen gesunken, wofür er von den jeweiligen Versicherungen größere Entschädigungen erhielt. Man nimmt an, dass Arthur de Perrault ihn entweder beim Mord oder beim Überbordwerfen der Leiche ertappte. Vielleicht hatte es eine Art Domino-Effekt gegeben, als Jean de Perrault und die Kinder den Mord an Arthur mitbekamen. Man vermutet, Harvey hätte die Leiche der kleinen René aus dem Wasser gefischt, um seiner Geschichte Glaubwürdigkeit zu verleihen. Das Mädchen war laut Autopsie tatsächlich ertrunken. Hätte Julian Harveys seinem Leben nicht selbst ein Ende gesetzt, wäre er wegen Mordes an allen Toten und versuchten Mordes an Terry Joe angeklagt worden. Terry Joe de Perrault wuchs bei der Schwester ihres Vaters auf. Die weiße Kleidung, die sie auf dem Floß getragen hatte, besitzt sie noch heute. Lange Zeit wollte sie nicht wahrhaben, dass ihre Familie tot sein sollte. Es gab schließlich keine Leichen. Als Teenager riss sie oft von zu Hause aus, um an verschiedenen Strandabschnitten des Atlantiks nach ihrem Vater zu suchen. Bis sie 35 war, ging sie wieder und wieder auf die Suche. In den 1960ern galt die Maxime einfach nicht mehr daran denken als die beste Bewältigungsmethode, weshalb niemand dem jungen Mädchen die Gelegenheit gab, über das Erlebte zu reden. Auch öffentlich sprach sie über 20 Jahre lang weder über das Ereignis noch ihre Familie. Sie heiratete, bekam drei Kinder und arbeitete ihr Leben lang nahe des Atlantischen Ozeans. Ihre Liebe zum Meer, so schrieb sie später, war trotz allem ungebrochen. Für sie war es die letzte Verbindung zu ihrer Familie. 2010 veröffentlichte sie ihre Memoiren mit dem Titel Allein, verwaist auf dem Ozean. Terry Joe ist nun in Rente und lebt in Kiwani, Wisconsin. Es gibt viele Spekulationen, warum Julian Harvey Terry nicht tötete. Manche behaupten, dass er unterschwellig erwischt werden wollte. Andere vermuten, dass er sie töten wollte, zum Schluss jedoch keine Zeit mehr dazu hatte. Nachdem dem Mädchen das Seil des Rettungsbootes aus den Fingern geglitten war, blieb ihm nur noch die Wahl, hinterherzuspringen, bevor es davondriftete. Terry selber vermutet, dass er einfach dachte, sie würde mit dem Schiff untergehen. Auch sie glaubt, dass ihre Familie Harvey schlichtweg im falschen Moment beobachtet hatte. Sie wünscht sich, nicht als armes kleines Mädchen wahrgenommen zu werden, sondern als jemand, der sich trotz aller Widrigkeiten zurück ins Leben gekämpft hatte. Ich glaubte immer, dass ich aus einem Grund gerettet wurde, schrieb Terry Joe de Perrault in ihrem Buch. Wenn meine Geschichte auch nur einem einzigen Menschen geholfen hat, dann war es diese Reise wert. Bis zum nächsten Mal bei Curiosum Mensch. Bis zum nächsten Mal bei Curiosum Mensch.